Bhagavad Gita, Vers 3.25 Im Gegensatz zu den Unwissenden, die ihre Pflichten erfüllen und dabei an die Früchte ihrer Aktivitäten haften, sollte der Weise ohne jede Anhaftung handeln, um somit die Menschen auf den richtigen Pfad zu führen. Erklärung Ein Krishna-bewusster Mensch und einer, der nicht Krishna-bewusst ist, unterscheidet sich durch die Verschiedenheit ihrer Verlangen. Ein Krishna-bewusster Mensch tut nichts, was ihm nicht hilft, Krishna-Bewusstsein zu entwickeln. Er scheint zwar manchmal genau wie ein Unwissender zu handeln, der zu sehr an materiellen Aktivitäten haftet, aber während der materialistische Mensch ausschließlich seine eigenen Sinne befriedigen will, denkt der Gottgeweihte nur daran, wie er Krishna zufriedenstellen kann. Daher sind Krishna-bewusste Menschen notwendig, um den anderen zu zeigen, wie sie handeln müssen und auf welche Weise sie die Früchte ihrer Aktivitäten in den Dienst des Krishna-Bewusstseins stellen können.